Hallo liebe Freunde der Orgelmusik, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Der Bischof kommt mal wieder, diesmal mit Pedal. Bei seinem letzten Besuch ging das Pedal ja nicht und da war ich ein bisschen eingeschränkt in der Musik, die ich machen konnte. Aber diesmal gibt es die volle Föhnung, da haben dann hinterher auch alle wieder die Haare schön. Nämlich ein schönes Sortie von César Franck, unserem Geburtstagskind in diesem Jahr. Zuvor erfülle ich aber gerne noch einen Musikwunsch. Gabi Maria hat sich gewünscht, ich singe dir mit Herz und Mund die Nummer 258 aus dem Neopistolischen Gesangbuch. Steht auch im Gotteslob und auch im Evangelischen Gesangbuch. Erstmal gibt es ein Choralvorspiel von Ferdinand Sapphe und danach spiele ich noch ein paar Strophen aus dem Gesangbuch. Damit viel Spaß, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es heilt die göttliche Kraft!